Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Sie ist Spitzenturnerin und unsere männlichen Stuggi TV Fans werden mir mit Sicherheit auch zustimmen, wenn ich sage, dass sie dazu auch noch spitze aussieht. 2012 hat sie Deutschland bei den Olympischen Spielen in London vertreten und heute ist sie bei Stuggi TV Triff zu Gast. Hallo Elisabeth Seitz. Erzähl mal, was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Turnen? Ja, also ich mache Meerkampf sehr gerne, also Sprung, Stufenbachen, Schwebebalken, Boden, also alle Geräte zusammen, aber gerade der Stufenbachen liegt mir besonders gut. Ein Turn-Element am Stufenbachen wurde, glaube ich, auch nach dir benannt und heißt jetzt Seitz. Was hat es genau auf sich damit? Ja, also 2011 wurde ich Vize-Europameisterin im Meerkampf, habe so ein bisschen deutsche Geschichte geschrieben und wollte mich dann so ein bisschen auch in der Weltgeschichte verewigen und somit habe ich dann mit meinen Trainerinnen überlegt, ja, was kann ich denn da tun? Und ja, wir haben uns dann eben ein Teil überlegt am Stufenbachen und dann habe ich viel geübt, viel mit Matten und irgendwann hat es dann funktioniert und so sollte ich es dann bei den Weltmeisterschaften 2011 in Tokio zeigen, in der vollständigen Übung. Ja, und es hat funktioniert und seitdem ist es der Salz. Du feierst ja nicht nur viele sportliche Siege, sondern hast mittlerweile auch zum Beispiel über 40.000 Facebook-Fans. Wie erklärst du dir diesen Erfolg und was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, es ist auf jeden Fall toll, weil man ja tagtäglich in der Halle steht und es nicht so viele mitbekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass man das dann auch zeigen kann und das dann auch viele anerkennen, gerade über Facebook. Das macht mich stolz und es werden täglich mehr und es ist einfach schön. 2013 hast du ja dein Abitur gemacht und was machst du seitdem jetzt? Geht alles jetzt aufs Touren oder hast du überlegt vielleicht auch ein Studium zu beginnen? Ja, also ich bin seit September 2013 dann bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr, aber jetzt seit Anfang 2015 mache ich so eine Art Fernstudium, also einen Fernlehrgang in Englisch, einfach, dass ich auch was noch für den Kopf habe, aber ja hauptsächlich bin ich jetzt fürs Touren da, weil nächstes Jahr sind wieder die Olympischen Spiele und das ist mein großes Ziel. Kann man denn als Leistungssportler überhaupt ausgelassen feiern gehen oder steht der Sport immer im Vordergrund? Ja, der Sport sollte schon im Vordergrund stehen, weil gerade wenn man ja zum Beispiel wenig schläft, merkt man das dann natürlich schon im Training und somit sollte man wissen, wenn man feiern geht, wann man das macht, dann natürlich nicht vor einem Wettkampf, aber danach gibt es schon immer mal Grund zum Feiern, gerade wenn man hart auf den Wettkampf zugearbeitet hat und dann zum Beispiel die Saison beendet ist. Gehst du auch manchmal in Stuttgart weg und wenn ja, wohin gehst du da so? Ja, bis jetzt noch nicht so, also so lange bin ich ja jetzt auch noch nicht hier. Ich weiß zwar, was es hier gibt, hier gibt es ja zum Beispiel auch den DTB-Pokal jedes Jahr, da hat man vielleicht schon mal was besucht, aber ja, sonst jetzt bis jetzt noch nicht so oft. Wohnst du denn überhaupt in Stuttgart? Ja, ich wohne jetzt hier erstmal am Olympiastützpunkt, also ein paar hundert Meter von der Turnhalle hier, das ist optimal. Was ist dein Berufswunsch für später? Ja, da gibt es eigentlich viele, also so speziell weiß ich noch nicht, was genau das ist, aber wie gesagt, ich bin sehr interessiert in Sprachen, aber auch der Sport fasziniert mich allgemein, nicht nur das Turnen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann natürlich in die Richtung geht. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar, wenn ich manchmal so einen Sportmuffel, also ich habe an manchen Tagen einfach gar keinen Bock, mich ins Fitness zu quälen, hast du da irgendeinen Tipp für mich? Hm, also man muss immer sein Ziel vor Augen haben, also wenn man es für etwas macht, also natürlich am besten für sich selbst, dann hat man ja ein Ziel, wenn man es macht, weil es andere wollen, dann bringt es nichts, also vor allem, also mich bringt vor allem der Spaß weiter, ich liebe einfach die Sportart, ich liebe einfach das Turnen und ich weiß halt, für was ich so hart arbeite und dementsprechend finde ich dann immer die Motivation. Vielen Dank, ich hoffe, die Tipps haben jetzt auch euch geholfen im Training für die beste Bikini-Figur im Sommer und ja, ich danke dir vielmals Elisabeth und wünsche dir noch viel Glück in der Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Stugi TV trifft. Musik 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 Vielen Dank.